Was geht ab, meine Freunde? YD wieder am Start und wir spielen heute eine weitere Runde Strumble Guys! Also, Cannon Climb. Cannon Climb. Es ist jedes Mal dasselbe. Cannon Climb ist immer das erste Game. Ich weiß nicht warum, aber es ist tatsächlich... Häufig so. Wer die letzte Folge verpasst hat, müsst ihr unbedingt nochmal reingucken. War großartig. Falls ihr im Hintergrund übrigens heute meinen Ventilator hören solltet, lasst euch nicht ablenken. Es ist so irrsinnig warm in meinem Raum. Ich habe keine Ahnung warum. Kann natürlich an dem PC liegen, der einfach alles aufheizt. Kann natürlich auch an den gefühlten 800 Grad, die draußen sind, irgendwie liegen. Aber da wollen wir uns jetzt nicht von ablenken lassen. Wir haben einen Dino und damit wollen wir unbedingt heute spielen. Deswegen warten wir eine kurze Zeit, gucken wie viele noch reinkommen, schreiben GG und sind im nächsten Game. Lost Temple. Noch nie gespielt. Keine Ahnung, wie das hier läuft. Wir werden unser Bestes tun. Mal gucken, wie es hier laufen wird. Hier ist eine Sense. Zack, gegen die Sense gelaufen. Easy! Yes! Okay. Okay, nochmal. Sense. Rüber. Jawohl. Und nächste Sense mitgenommen. Okay. 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 Come on. Come on. Come on. Come on. Rüber. Ey. Acht kommen nur weiter. Acht kommen nur weiter. Wie soll ich das schaffen? Ich schaffe ja noch nicht mal die Sensen hier. Okay. Jetzt haben wir es. Okay. Was kommt jetzt? Jetzt kommen Stacheln. Autsch. Die haben mich gebo... Autsch! Junge. Wie stelle ich mich denn heute an? Okay. Rüber. 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 Hier muss ich nur die Treppen hoch. Ah. Idiot! Idiot! Okay. Drüber springen. Drüber springen. Drüber springen. Hauptsache schneller als der König sein. Jawohl. Ah! Drüber gesprungen. Oh Gott. Im Himmel. Es ist noch keiner durch. Okay. Das schaffen wir. Das schaffen wir vielleicht. Obenrum. Dann vorbeispringen. Kugel ausweichen. Nummer 1. Kugel ausweichen. Nummer 2. Sehr gut. Dritte Kugel. Kommt nicht. Ja! Was? Absolut keine Ahnung. Jungle Roll haben wir schon mal gespielt. Können wir vielleicht hinkriegen. Aber wie zum Teufel habe ich das gerade geschafft. Absolut keine Ahnung. Okay. Später. Spät. Spät angefangen. Achso. Jungle. Das ist das Finale schon. Hä? Der Fug. Wie sollen wir das denn hinkriegen? Wir sind letzter. Der König ist noch drin. Hauptsache der König gewinnt nicht. Nein. Heute gewinnt kein König. Das ist genau das, was ich... Wofür ich sage. Der König. Der König. Der König wird nicht gewinnen. Der König. Gott. Was passiert hier? Ah! Rüber. Yes. Nice. 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 Wir sind der Erste. Oh Gott. Nein. Die haben uns überholt. Hühnchen und König. Wir müssen König irgendwie dazu bringen, dass er nicht gewinnt. Dann doch lieber das Hühnchen. König darf nicht gewinnen. Oh. Hühnchen hat es geschafft. Darüber. König auch. Hühnchen gewinnt. Yes. Nicht der König. Haha. Ich habe gesagt, der König wird nicht gewinnen. Gehen wir ins nächste Game. Einfach rein. Einfach rein. Spin go round. Haben wir beim letzten Mal schon gespielt. Lief ganz gut. Müssen wir gucken, dass wir es heute vielleicht noch ein bisschen besser hinkriegen. Hä? Was ist denn los? Junge. I'm so sweaty. Meine Finger sind wahrscheinlich zu sweaty. Und deswegen hier. Sweaty. Kriege ich nicht richtig die Tasten. Junge. Okay. Einfach außen herum. Der hat mich jetzt ein bisschen ge... Block mich nicht. Ah. Gott. Hier kann man auch irgendwelche Sachen rausschneiden. In falsche Kontexte bringen. Hä? Warum sind denn links und rechts trotzdem noch hier so Wubbel? Oh. Das kommt da hin. Ja. 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 Easy. Easy. Können wir nochmal ein GG schreiben. Pain Splash. Habe ich noch nie gespielt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist jetzt schon die zweite Runde, ne? Pain Splash. Rüber. Okay. Okay. Ich bin jetzt nicht kleben geblieben oder so. Mal gucken. Hier nochmal rüber. Springen. Jawohl. Läuft ja eigentlich ganz gut. Läuft ja eigentlich ganz gut. Hier den Rollen ausweichen. Locker. Oh. Da sind nochmal Ventilatoren. Mal gucken. Kriege ich den da hinten noch? Jawohl. Hier rüber. Easy. Hier rüber. Jawohl. Was passiert hier? Ah nein. Ah. 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 Was? Ich guck mir das mal genau an. Okay. Die kommen irgendwann. Und dann gehen sie wieder runter. Einer ist schon drüben. Schaff ich das? Okay. Jetzt hier. Hier. Rüber. Jawohl. Geil. Over and under. Als Finale? Krass. Okay. Over and under. Puh. Gut. Ein Löwe ist dabei. Schirkan. Schirkan war ein Tiger, ne? Warum nehm ich den in der Mitte? Der war doch am schnellsten. Was ist das? Oh nein. In der Mitte ist nichts. In der Mitte ist das nichts. Oh nein. Ich bin so dumm. Was passiert hier? Okay. Oh nein. Der Löwe ist auch noch hier. Easy. Easy. Wenn der Löwe auch noch hier ist. Komm. Der erste ist schon hinten an der Treppe. What? Was macht der? Der läuft voll gegen die Wand. Hat wahrscheinlich einen DC. Okay. Legendäre Mumie. ist hier vor mir. Autsch. Oh jetzt. Guck mal. Fast alle sind schon hier. What? Der hat sich gedreht, oder? Der Fug. Oh nein. Schon wieder der König. Der König wird nicht Meister. Nicht der König. Oh der. Der Löwe ist auch da. Der Löwe schubst mich runter. Der Sack. Der hat mich runter geschubst. The fuck? Der hat mich einfach runter geschubst. Ja komm. Eine schaffen wir noch. Eine schaffen wir noch. Eine schaffen wir noch. Pivot Push. Pivot Push? Pivot Push? Kenn ich nicht. Rein da. Links oder rechts? Links. Nein. Alle gehen rechts. Oh dann kann ich links alleine. Links alleine. Easy. Einfach links vorbei. Easy. Wieder links vorbei. Der Panda Bear. Hier der verkleidete Panda Bear. Der kommt mit mir mit. Super. Hier dreht sich alles. Wieso sind so viele schon weiter? Hä? Ich dachte ich wäre immer da gewesen. Fug. Okay. 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 16 Uhr. The fuck. Guckt euch das an wie viele hier sind. Hä? Schaffen wir das überhaupt? Oh Gott. Ja. Ein paar sind aussortiert worden. Nice. Hier nicht runterrutschen. Wir laufen mal. Ah. Nein. Oh nein. Ja. Ja. Rüber. Ja. Puh. Das war knapp. Space Race. Geil. Noch nie gespielt. Keine Ahnung. Da ist schon wieder ein Löwe. Oh Gott. Der Löwe. Oh Gott. Wie weit fliegt man weg? Hä? Hä? Das ist ja ultra geil. Aber der ist jetzt nicht weit nach vorne geflogen. What the fuck passiert hier? Okay. Okay. Ich muss mich ein bisschen zusammenreißen. Jump. Yes. Ich gehe mal nach links. Links ist immer gut. Links ist immer gut. Oh nein. Kann ich nochmal jumpen? Oh. Gerettet. Wie ein King. Der T-Rex. König der Echsen. Rein da. Nein. Oh. Du Penner. Der hat mich rausgeworfen. Nein. Ach. Komm. Du weißt. Nie. Oh. Ich bin immerhin nicht letzter. Okay. 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 Komm man. Komm man. Komm man. Komm man. Komm man. Rüber. Ah. Das könnte. Nein. Ah. Geschafft. Gut. 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 Das springen ganz schön viele. Ich weiß nicht, ob ich da über die Mitte gehen will. Ich glaube, ich gehe lieber links lang. Gehe ich links lang? Ja, doch. Oder? Da passiert auf jeden Fall weniger. Das bewegt sich nicht hoch oder runter. Das ist der solidere Weg. Sagen wir es so. Das war knapp. Ist noch keiner durch bis jetzt? Noch keiner durch? Das schaffen wir. Rein in das Portal. Los. Hup. Nochmal in die Mitte. Ja. Hup. Rechts, links ist kein Ziel. Links ist das Ziel. Links ist das Ziel. Haben sie nicht gecheckt. Der Löwe ist schon drin. Der Löwe. Oh nein. Nicht schon wieder aufeinander. Aufeinander. Wieder gegen Löwen. Wartet mal ab. Wartet mal ab. So. Rüber. Oh nein. Rüber. Ja. Wieder die Mitte? Nehmen wir wieder die Mitte? Ne, ne. Diesmal nicht. An mir täuscht. So. Jetzt wissen wir, in der Mitte ist nichts. Das heißt, wir haben es schon mal ein bisschen schlauer hier gemacht. Rüber. Rüber. Nein. Oh Gott. Okay. Rüber. Rüber. Durch. Guckt euch das an, wie schnell der Löwe ist. Der ist ja jetzt schon wieder durch. Hä? Guckt euch das an. What? Ja, der hat schon wieder gewonnen. Was zum Teufel? Als ob der jetzt nach oben warten würde. Drecksack. Der wartet jetzt, bis noch einer hochkommt. Ne. Na gut. Gut. Löwe hat wieder gewonnen. Ist jetzt ab jetzt mein absoluter Erzfeind. Löwen sind hier jetzt meine Erzfeinde. So. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lass gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge. Bis dann. Und, äh, ja. Ciao. Bis zum nächsten Mal.